die goldene regel der mechanik ist eine coole sache jedenfalls den schülern hat es spaß gemacht bisher also ganz einfach aus folgendem grund wir haben sehr viel draußen gemacht werden es ausprobiert bloß mal einen flaschenzug wenn ihr in der playlist nachseht werdet ihr sehen mit dem flaschenzug mit einer wippe mit 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 und so weiter und so fort also ist wirklich eine spannende sache heißt ja nichts anderes als was ich an kraft einsparen muss ich den weg wieder aufwenden dazu hier diese skizze ich rede jetzt und rede denn ich habe hier oben wie immer und hier dann hinterher als abspannen links eingefügt damit ihr besser bescheid ist das geht besser man hat mehr übersicht und so weiter deswegen habe ich dieses mini video eigentlich nur gemacht dann wünsche ich viel spaß beim verstehenden bis jetzt hat sich jeder gefreut der etwas verstanden hat weil er etwas konnte das macht stolz und man wird cool